Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung für euch, und zwar die Legung für die Woche vom 24.10.2022. Ich habe dafür folgende Decks verwendet, die Seelenmedizin von Lisa Bieritz, dann das Tiere Tarot von Doren Virtue, die Heal Yourself Reading Cards von Inna Siegel und für eine zusätzliche Impulskarte oder Informationskarte, die liegende Acht von Barbara Heider Rauter. Wir schauen mal, was sind diese Woche die Themen für uns, was ist diese Woche wichtig, was kannst du bezüglich dieser Themen tun, solltest du angehen, auflösen, verstärken etc., je nachdem, wie du mit den Themen in Resonanz gehst, wohin wird es führen und was sagt uns die Lemniskarte, die liegende Acht, als zusätzliche Information. Dann schauen wir mal. Seelenrückholung. Es geht jetzt darum, heil und ganz zu werden, und dazu gehört es, alle Seelenanteile zurückzuholen. Und das ist ein Thema diese Woche, da geht es um Vollständigkeit, um Ganzheit. Ich würde das als Oberbegriff mal lassen, um jetzt nicht ins Detail zu gehen, aber es geht auf jeden Fall um die Seele. Der Kolibri. Sie haben einen tollen Anlass zu feiern, wie etwa eine Verlobung, eine Hochzeit, einen Abschluss oder die Ankündigung einer Geburt. Denken Sie daran, Ihre Liebsten wertzuschätzen. Da finde ich jetzt besonders den letzten Satz sehr, sehr wichtig. Denkt immer daran, euren Liebsten auch mal zu zeigen und zu sagen, wie wertvoll sie für euch sind, das ist etwas ganz, ganz Essentielles. Und jeder hört es ja auch gerne, auch wenn er weiß, dass eine Wertschätzung da ist. Aber es ist auch schön, wenn sie zum Ausdruck gebracht wird. Der Kolibri ist ein sehr kleiner, ein sehr flotter Vogel, ein fröhliches Tier. Und hier geht es auch um Feiern, Verlobung, Hochzeit oder Ankündigung einer Geburt. Bei uns in der Familie ist es tatsächlich so. Ich werde in den nächsten Monaten noch zweimal Großtante werden. Also da kommen jetzt wieder Kinder zur Welt, die Kinder der neuen Welt. Das ist ganz wunderbar. Und diese Woche geht es darum, auch diesen Aspekt zu sehen, Feiern und Fröhlichkeit. Das sind Dinge, die im Moment bei manchen Personen etwas zu kurz kommen, weil sie sich bestimmten Ängsten hingeben, weil es ihnen schwerfällt, positiv in die Zukunft zu schauen. Aber diese Woche ist das angesagt, die Ganzheit etwas für die Seele zu tun, wie Wertschätzung. Und wenn es einen Anlass gibt, diesen auch zu feiern. Und die Schönheit ist diese Woche ein Thema. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und die äußere Schönheit kann vergehen, aber innere Schönheit bleibt immer. Und es gibt viele Dinge, die schön sind. Jetzt im Moment sehen wir das bunt gefärbte Herbstlaub in den Wäldern und in den Bäumen und Büschen. Das ist ganz wunderbar. Die Natur enthält ganz, ganz viel Schönheit für dich und für uns alle. Und da gilt es mal hinzuschauen. Was ist denn für dich schön? Was empfindest du als schön? Wann empfindest du dich schön? Beschäftige dich mit diesem Thema und setz dich etwas damit auseinander. Ja, wie kannst du das tun? Die Ahnen. Ja, das passt natürlich sehr gut hier zu der Karte. Seelenrückholung, das ist ja immer ein Ahnenthema. In der Bibel steht ja schon, etwas kann sieben Generationen überdauern. Und durch das sogenannte epigenetische Feld bekommen wir Programme oder Anteile oder Persönlichkeitsaspekte von unseren Ahnen übertragen, die nicht zwingend in der Genetik verankert sein müssen. Das ist also ein psychologischer Effekt und du kannst dich diese Woche mal damit beschäftigen. Vielleicht gibt es Personen in deiner Ahnenreihe, mit denen du Ähnlichkeit hast. Geh mal ein bisschen auf die Spur und beschäftige dich mit diesem Thema. Vielleicht interessiert dich auch eine Rückholung oder ein Rückgeben von Ahnenanteilen. Das kann man in einer etwas spirituell orientierten Praxis wie bei uns auch machen. Und wenn du Interesse daran hast, schau mal, was es da in deiner Nähe gibt. Dann haben wir die Taube. Ja, das Friedenssymbol schlechthin. Das ist der Anfang einer neuen emotionalen Erfahrung für sie. Es kann sich um das Erblühen romantischer Gefühle, das erneute Aufleben einer bestehenden Beziehung oder das Erwachen spiritueller Begabungen und Einsichten handeln. Ja, auch hier sehen wir, dass das Orakel, dieses Tier Orakel, das sehr offen definiert, wofür das Tier steht. Es kann also ganz konkret sein, eine emotionale Erfahrung, romantische Gefühle, das Aufludern von einer oder das Wiederbeleben einer Beziehung. Dazu passt natürlich sehr gut auch hier der Anlass zu feiern, eine Verlobung oder eine Hochzeit. Aber es kann auch um das gehen, was in dir stattfindet. Die Beziehung zu dir selbst, deine Begabung, deine Einsicht. Und auch hier passt wieder der letzte Satz, diese Wertschätzung. Auch da mal zu schauen, wem möchtest du wertschätzen? Wer ist denn vielleicht in deinem Umfeld auch, der dich inspiriert bezüglich Begabung und Einsichten? Das sind Themen diese Woche, mit denen du dich beschäftigen kannst. Und dann haben wir wieder die Prokrastination. Das hatten wir schon vor zwei Wochen. Ja, ich glaube, vor zwei oder vor drei Wochen war das schon mal ein Thema. Dieses Aufschieben, dieses permanente Vor-sich-Hinschieben von etwas, bis es dann wirklich nicht mehr anders geht, ist also immer noch ein Thema. Also schau bitte noch mal genau hin. Was schiebst du immer noch vor dir her? Was, wo findest du immer noch tausende Ausreden oder tausende andere Dinge, die zuerst gemacht werden müssen, bevor du das machst, was du dir eigentlich schon lange vorgenommen hast oder was getan werden muss? Also ein ganz wichtiges Thema diese Woche noch mal, das Aufschieben von Dingen. Wo kann es dich hinführen, wenn du dich damit beschäftigst, dieses Fröhliche, diese Wertschätzung mit der Ahnenreihe, mit der Schönheit im Innen und Außen? Es führt dich in die Liebe. Es gibt ja verschiedene Formen von Liebe. Es gibt die romantische Liebe. Es gibt die wertschätzende Liebe. Es gibt die Liebe zu Menschen, zu Tieren. Es gibt auch die Liebe zu Dingen, zum Beispiel zu Büchern. Es gibt die Liebe zur Natur. Und das ist diese Woche etwas, wo du dich wieder mit verbinden kannst. Auch das gehört sicher zu deinen spirituellen Begabungen und Einsichten, dass die Liebe letztendlich das Allerwichtigste von allem ist, egal was im Außen geschieht und welche Stürme im Außen auch toben. Bleib in der Liebe. Dann haben wir die gerettete Katze, den Mischlingen. Sie können beruhigt durchatmen, denn die stürmischen Zeiten haben nun ein Ende. Das ist nun eine erstaunliche Karte, gerade jetzt im Moment. Wir alle tun uns sicher etwas schwer damit, die Vergangenheit loszulassen und zu sagen, ja, ich freue mich auf die glückliche Zeit, die vor der Tür steht. Das ist natürlich eine sehr, sehr freie Haltung und ich glaube, das fällt im Moment vielen ganz, ganz schwer. Diese Karte sagt aber ganz klar, atme mal durch. Schau mal genau hin. Schau zum Beispiel die Schönheit der Natur, die Schönheiten, die dich umgeben, wenn es nur eine Blüte ist, ein Vogelgesang, die Pilze, die im Moment in den Wäldern stehen. Ganz wunderbar. Das ist wirklich etwas Magisches. Und schau dir dies alles an. Beschäftige dich damit. Beschäftige dich mit deinem Erwachen, mit spirituellen Talenten. Tu die Dinge, die getan werden müssen im Moment. Und schau mal, ob es etwas gibt, was du denkst, aus der Ahnenreihe auflösen zu müssen oder zu dürfen. Und dann wirst du auf jeden Fall diese glücklichen Zeiten, die vor der Tür stehen, empfinden können. Denn das kann auch im Inneren stattfinden. Ob das so im Äußeren jetzt stattfindet diese Woche, das weiß ich auch nicht. Aber im Inneren hast du jederzeit die Möglichkeit, einen Weg zu gehen, der dich positiv und optimistisch sein lässt. Und was haben wir dann noch? Have faith. Ja. Und vertraue. Hab Glauben. Also das würde dich auch darin hinführen, dass dein Glauben wieder bestärkt werden kann. Dabei ist es dir überlassen, woran du glauben magst. Es gibt ja auch Menschen, die mit dieser Seelenrückholung oder mit dieser Ahnenreihe nichts anfangen können. Es gibt auch Menschen, die nichts mit einem Glauben an etwas Göttliches anfangen können. Dann empfehle ich immer, zumindest an sich selbst zu glauben und diesen Glauben zu bestärken. An sich oder an das grundsätzlich Gute im Menschen oder daran, dass auch gute Zeiten kommen können. Trotzdem was geschieht, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Und wir sehen gerade im Außen eine sehr destruktive. Das heißt, die andere Seite muss es auch geben. Woran immer du glaubst. Das ist also, in diese Glaube kannst du verstärkt wieder hereingeführt werden, wenn du dich diese Woche mit den Themen beschäftigst. Und dann schauen wir mal noch die Zusatzkarte. Die friedliche Kommunikation. Wie die ewig schwingende Energie der liegenden Acht fließt Frieden durch mich hindurch. Und friedliche Kommunikation strömt aus meinem Innersten. Ich verändere die Welt mit meinem Frieden. Ja, sehr, sehr schön. Das ist genau das, was du im Moment tun kannst. Fühle dich nicht ohnmächtig, sondern erkenne, dass du Frieden in dir selber schaffen kannst. Das ist nicht in Abhängigkeit von dem, was im Außen geschieht. Und diesen Frieden, den wirst du dann auch ausströmen. Und das ist deine spirituelle Begabung. Das führt zu deinem Erwachen. Das verstärkt deinen Glauben, woran auch immer du glauben möchtest. Das lässt dich auch glauben und hoffen, dass gute Zeiten auch vor der Tür stehen können. Dieser Frieden ist ganz, ganz wichtig. Und es ist wichtig zu erkennen, jeder von uns kann etwas tun. Und bitte seid auch in der Kommunikation friedlich. Ich habe es die Woche selber erlebt, dass Menschen durch die Ängste, die gerade sehr geschürt werden und die ich durchaus nachvollziehen kann, in der Kommunikation eben nicht mehr so friedlich waren. Achtet sehr darauf. Es dient niemanden, jetzt in Aggressionen oder sogar in Boshaftigkeit zu verfallen und diese Angst fälschlicherweise damit Ausdruck zu verleihen. Seid liebevoll miteinander und friedlich miteinander, denn das ist es, was man tun kann, wie ohnmächtig man sich sonst auch fühlen mag. Das ist die Legung für die Woche vom 24.10. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich freue mich über einen Kommentar oder über ein Like. Gerne darf das auch weitergeleitet werden. Und ich wünsche dir eine friedvolle und freudvolle Zeit.